Ein Nährstoffmangel kann oft nicht richtig gedeutet werden von vielen Menschen. Sie fühlen sich oft müde oder schlapp und irgendwann gewöhnen sie sich daran und denken, das ist das neue Normal. Man wird halt älter. In diesem Video erfährst du genau, an welchem Vitamin deine Müdigkeit ihren Ursprung haben kann, was du dagegen tun kannst und den Mechanismus dahinter. Plus Ernährungstipps. Also bleib auf jeden Fall dran, es wird sehr, sehr spannend. Durch den Wandel des Menschen in seiner Ernährung zu immer mehr verarbeiteten Lebensmitteln trägt er auch einen großen Beitrag dazu bei, dass Menschen immer mehr Mangelerscheinungen haben. Das Phänomen, das heute lebende Menschen haben, ist, Übergewicht zu haben, aber trotzdem in einem Nährstoffmangel zu leben und davon geplagt zu sein. Das ist Produkt der falschen Auswahl von Lebensmitteln. Ständig müde und Energielosigkeit, das hängt einfach zusammen. Und zwar nicht immer, dass man zu wenig Schlaf hat oder der gerade nicht perfekt war oder man älter wird oder man gerade Stress hat. Nein, nein, nein. Ein gut versorgter Körper kann in der Regel damit umgehen, wenn es nicht chronisch ist. Daher möchte ich dir heute das wichtigste Vitamin vorstellen, welches für deinen Energiestoffwechsel eine tragende Rolle spielt. Viele supplementieren nur das Vitamin B12, da der Trend immer mehr zu pflanzenbasierter Ernährung geht. Doch das Vitamin B1 hat eine ganz bestimmte Aufgabe bei uns im Körper. Er steuert unter anderem unseren Energiestoffwechsel. Doch dazu gleich mehr. Jetzt kann man sagen, ja, aber das bekomme ich doch auch über die Nahrung. Dabei gibt es zwei Trugschlüsse. Der erste ist, dass der Körper das wasserlösliche Vitamin B1 nicht wirklich speichern kann. Das bedeutet, man muss ständig genug zuführen, da der Körper sehr schnell in einem Mangel gerät. Nur die wenigsten können sich freisprechen davon, dass sie nur gesund essen, den ganzen Tag. Zweitens, dieser Punkt ist wichtiger. Benötigt unser Körper große Mengen Vitamin B1 bei der Verstoffwechslung von Kohlenhydraten? Die Kohlenhydrate, die wir heute zu uns führen, sind oft nicht mehr natürlicher Form. Das bedeutet, diese sind raffiniert worden oder bearbeitet worden, zum Beispiel beim Weißbrot oder beim Burger, beim Dönerbrot oder beim Brötchen, süße Getränke, Riegel, Gebäck und so weiter. Diese verarbeiteten Lebensmittel enthalten so gut wie kein Vitamin B1. Im gleichen Atemzug verbrauchen diese Lebensmittel aber sehr viel Vitamin B1, denn für diesen Prozess, wenn Kohlenhydrate in Energie umgewandelt werden in Form von ATP, dem universellen Energieträger bei uns im Körper, spielt Vitamin B1 eine Schlüsselrolle. Das bedeutet, die Lebensmittel, die man isst, entziehen dem Körper immer weiter Vitamin B1 und liefern aber nicht genug nach. Der Körper kann auch hier nicht auf Reserven zurückgreifen, da es ein wasserlösliches Vitamin ist und nicht wirklich gespeichert wird vom Körper. Rutscht man dadurch schnell in die Energielosigkeit, obwohl wir ja genug Kalorien essen. Anders würde es sein, wenn wir vollwertige Lebensmittel essen. Wie unterscheiden sich denn vollwertige Lebensmittel von verarbeiteten Lebensmitteln? Der große Unterschied liegt in dem Ballaststoffanteil und dass das ganze Korn verwertet wird. Zum Beispiel, Vitamin B1 ist nicht im Inneren des Korns zu finden, sondern eher in der Schale des Korns. Daher liefern Vollkornprodukte beachtliche Mengen Vitamin B1. Man sieht hier zum Beispiel, dass diese beiden im Vergleich Vollkornprodukte liefert das Dreifache von dem, was das verarbeitete Produkt hier liefert. Diese verarbeiteten Produkte kosten aber auch mehr Vitamin B1 bei der Verstoffwechselung im Körper. Das sehen wir aber auch hier in dieser Studie, dass der Blutzucker natürlich deutlich mehr steigt, wenn das Korn verarbeitet wird und dadurch deutlich mehr Vitamin B1 in kürzester Zeit benötigt wird. Aber auch das Insulin, das ist das Hormon aus den Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse, welches dafür sorgt, dass der Blutzucker aus dem Blut in die Zellen gelangt, unterscheidet sich signifikant zwischen Vollkorn und raffiniertem Korn. Das seht ihr hier in der Studie. Daher lautet die Konklusion der Studie auch so. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Verzehr von Vollkornprodukten die Insulinausschüttung verbesserte und die Funktion, ganz wichtig, die Funktion der Bauchspeicheldrüse bei übergewichtigen oder fettleibigen Erwachsenen mit einem Risiko zu Diabetes Typ 2 aufrechterhielt, während die Ernährung mit raffiniertem Getreide dies nicht tat. Des Weiteren haben Ballaststoffe neben dem Effekt, unsere Darmbakterien zu füttern, noch einen positiven Effekt. Ballaststoffe sind für uns nicht verdaulich. Daher erhöhen sie das Volumen des Nahrungspreises. Das hat zur Folge, dass unsere Darmbakterien und Enzyme länger brauchen, um die in dem Nahrungspreis befindlichen Kohlendraht zu spalten. Dadurch steigt der Blutzucker weniger schnell und stark an, was dem Vitamin B1-Nachschub zugutekommt. Da gleichzeitig auch Vitamin B1 über das Lebensmittel aufgenommen wird und der Körper mehr Zeit hat, dieses einzubinden. Zwischenfazit. Vitamin B1 wird benötigt, damit unser Körper aus dem Zucker Energie herstellt. Konsumiert man viel verarbeitete Zuckerprodukte oder auch Kohlenhydratprodukte wie raffiniertes Korn, verbraucht man zu schnell zu viel Vitamin B1, sodass man in einen Mangel rutschen kann. Und trotz genug Kalorien fühlt man sich schlapp. Weiter liefern diese verarbeiteten Zuckerprodukte auch selbst wenig Vitamin B1, sodass die Bilanz negativ für den Körper ausfällt und er auch nicht auf Reserven zurückgreifen kann, da der Körper Vitamin B1 nicht wirklich speichern kann. Ballaststoffe entschleunigen diesen Prozess und geben dem Körper mehr Zeit, diesen Vorgang richtig zu bewältigen. Doch wie passiert das genau bei uns im Körper und wie können wir das verhindern? Welche Lebensmittel sind da wirklich entscheidend? Das klären wir jetzt. Wenn wir Kohlenhydrate zu uns nehmen, dann muss der Darm und die darin befindlichen Darmbakterien und Enzyme diese Kohlenhydrate spalten zu Zucker. Denn unser Körper kann nur Zucker aufnehmen. Keine komplexen Speicherkohlenhydrate, wie zum Beispiel Stärke aus der Pflanze. Dieser Zucker gelangt ins Blut und hat jetzt Zugang zu unseren Zellen. Dieser Zucker wird über einen Transporter in die Zelle geschleust. Dort im Zellplasma findet die Glykolyse statt. Das kennen wir noch aus der Schule. In 10 Schritten wird aus dem Zucker Pyruvat. Das ist jetzt ein Zwischenprodukt, welches dann weiter verarbeitet werden muss in den Kraftwerken unserer Zelle. Diese akzeptieren nämlich keine Glucose, also Zucker. Diese können nur das Zwischenprodukt aus der Glykolyse, also genau genommen wird aus Glucose, Pyruvat hergestellt. Und diese Vorarbeit, die in der Glykolyse geleistet wird, die ist wichtig, denn dieses Pyruvat, nur das kann wirklich in die Kraftwerke gelangen. So ganz zufrieden sind die Kraftwerke dann aber leider immer noch nicht, da aus dem Pyruvat noch was ganz Kleines angeheftet werden muss. Und jetzt kommt das Vitamin B1 ins Spiel. Vitamin B1 ist ein Kofaktor eines Enzyms namens Pyruvat-Dehydrogenase. Dieses wandelt dann final, wie der Name schon sagt, das Pyruvat, mit der Pyruvat-Dehydrogenase um zu, seht ihr hier, Acetyl-CoA, müsst ihr euch nicht merken. Das ist ein Essigsäure-Rest. Und jetzt kann aus dem ursprünglichen Glucose, also aus dem Zucker, Energie in den Kraftwerken hergestellt werden. Man muss sich das so vorstellen, wie eine Rohölfabrik. Dieses Rohöl entspricht dem Zucker in der Zelle. Dieses Öl muss erst aufgearbeitet werden zu Benzin, damit daraus Kraftstoff gewonnen werden kann. Und dieser Prozess ist eben Vitamin B1 abhängig bei uns im Körper. Jetzt versteht ihr, wieso ihr ohne Vitamin B1 ja entsprechend keine Energie auch haben könnt. Zu den guten Quellen für Vitamin B1 zählen folgende Lebensmittel. Der beste Lieferant sind die Sonnenblumenkerne. Diese haben nämlich noch deutlich mehr als Fleisch, sehen wir hier. Ebenfalls sind Haferflocken eine ganz besondere Quelle dafür. Die empfohlene Tagesdosis, der DGE, steht hier ca. bei 1,3 mg pro Tag. Wie könnte man dieses jetzt einfach decken? Ich persönlich, das ist keine Verzehrempfehlung, esse deutlich mehr B1. Da es wasserlöslich ist und wenn es zu viel aufgenommen wird, stellt es und mein Körper ist einfach wieder aus, ohne Probleme über den Urin. Ich habe lieber etwas zu viel als etwas zu wenig. Und da ich Sport betreibe und vor allen Dingen auch noch mein Gehirn, die Leistung, Abrufe jeden Tag, ist Vitamin B1 schon ziemlich wichtig für mich. Wie man sieht, haben Hülsenfrüchte ebenfalls sehr viel Vitamin B1, gerade Soja. Mit 200 g Hülsenfrüchten hat man seinen Bedarf schon schnell gedeckt. Wenn man jetzt 100 g Haferflocken am Tag zum Frühstück mit Beeren und ein bisschen Joghurt oder was isst, 200 g Hülsenfrüchte mit einer Soße dazu, ein bisschen Gemüse und 35 g Sonnenblumenkerne vielleicht noch zum Abend, dann hat man schon mehr als 3 mg und damit mehr als die doppelte empfohlene Menge. Addiert man hier aber etwas Süßiges dazu, z.B. Süßigkeiten, süße Getränke, zuckerhaltige Getränke allgemein, steigt der Bedarf natürlich wieder deutlich an. Da dieses B1 ja wieder verbraucht wird bei diesem schnellen Prozess von raffiniertem Zucker im Körper, dann muss der Bedarf natürlich wieder deutlich hoch. Und auch wenn man Sport treibt, denn dann wird natürlich auch deutlich mehr Zucker benötigt vom Körper. Von daher an, ihr seht, achtet darauf, guckt euch mal genau an, welcher Lebensmittel-Bitamin B1 haben. Ich supplementiere z.B. immer noch ein B-Komplex einmal am Tag, das mache ich persönlich so. Aber Vitamin B1 ist ganz, ganz entscheidend für euren Energiestoffwechsel, kann euch sicherlich helfen, wenn das immer oben ist, euch wirklich gut zu fühlen. Wir sehen uns im nächsten Video. Danke für die Aufmerksamkeit und schaut sehr gerne mal in die Videobeschreibung rein, da gibt es ganz viele Fitmacher für euch. Bis zum nächsten Video.